Musik Willkommen zurück Leute bei Shining Force Wir befinden uns in einer neuen Schlacht Und ich würde sagen wir legen gleich los Was hast du denn für ein komischem Zeug? Feuer Heilung Und Heilung Ah ja Siegesbedingungen Alle feine Karte Äh Okay Wow Ähm Wie machen wir das denn am besten? Wir klammern Äh Max Du bist da aus dem Gefängnis entkommen Ja Macht nichts Die ramponierten Überreste von Guardiana Können unsere Armee nichts anhaben Komm und spür die Macht meines schwarzen Säbels Äh Lord Cain Eine Meldung von Lord Daxall Wir haben neue Informationen zum Erbe der Götter Kommen sie sofort zurück Was? Ach in Ordnung Sag ihnen ich komme Ja mein Lord Ich muss gehen Das überlasse ich euch Ein für allemal Chris Das ist deine erste Schlacht Also übernimm dich nicht Versuche nicht an die Front zu kommen Bleib zurück und heile unsere Wunden Alles klar Ich kann mich noch nicht entscheiden Hier sind Fünf Und hier sind Sieben Ach neun Also gut Ihr kommt mal mit mir mit Wie soll das auf der sich denn jetzt schon bewegen Mei du kommst auch mit mir mit Ken du kommst Du gehst da rüber Und Äh du Kommst mit uns nicht Ist das überhaupt der richtige Weg Hier Oh das sind doch ein paar mehr oder Naja Lord du gehst mit denen mit Ich bin ja mal gespannt wie das ausgeht Dieser Kampf Ich bin schon ganz Hübbelig Und wübbelig Du gehst Äh Wie viele haben wir jetzt hier Eins Zwei 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 Kämpfer Und eine Heilerin Kommt mit zu mir So Zweite Runde Jo Tyrannimo Könnt ihr mich schon erreichen Ich glaub nicht Achte auf mich So Ich will diese zwölf Runden schaffen Ich will das schaffen Ich will das wirklich schaffen Ohne Schmarrn Mei Ken Und rennt den anderen davon Wie weit können denn die Fledermaisen Ist hier schon eine Na gut dann kannst du schon ganz vor Los Ich hab echt Angst Ich hab echt Angst Dass ich das nicht schaff Dann hab ich verschissen Oh Gott ich hab Angst Ich hab wirklich Angst Eigentlich könnte ich in der nächsten Runde Tau Ihren Abwehrkram Drei Geben Hast du irgendwelche Items Was ist das da Die Grund war für eines Rittes Tja Hi Haha So das war dann Runde Drei Runde Zwei Runde Drei Sehen wir jetzt Mann warte doch mal auf mich Das ist der Chef oder Der Chef Der Chef Der Chef Ken du darfst jetzt nicht mehr so weit weg Oh Darfst du echt nicht Bleib hier stehen Darfst du echt nicht Schafschützen So Du hältst dich mal hier Und Ich hab nämlich sonst Angst Dass dir was passiert Und Du kommst damit hoch Und du Stellst dich hier hin Neuno Du bist meine Heilerin Bleibst mal Hier Du hast coole Haare Achso Ich wollte für Tau Oh mein Gott Mein Gedächtnis ist Das ist auch ein Sieb Tau Heißt überhaupt Tau Hehehe Shit Na dann komm doch Riesenfledermaus Max Nein Nein Du Penner Du darfst jetzt nicht schlafen Du Idiot Mach auf Scheiße Shit Ich greif an Das ist auch ein Palm So Das schafft er schon alleine Die kommen auch schon alle runter Oh Gott Oh Gott Nein Ich Mein Gedächtnis ist ein Scheiß Sieb Echt Entschuldigung Entschuldigung Von der Waffe Und dann stellst du dich mal hier Dann teilen die vielleicht ihren Schaden mit Was auf Und greif nicht nur einen an Palm Na Grot 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 Wehrt euch doch mal Wahnsinn Die Wirkung von Schlaf ist vorbei Na Gott sei Dank Ich greif dich an Echt Ich kann nur von zwei Federn weiter weg Abgreifen Ist ja auch blöd Na gut Na dann greif doch an Meinst du Max hat Angst vor dir Dass ich nicht lache Werde ich Max Die Fledermausen sind saubbehindert Echt ohne Schuss Los Oh man Yeah Mais Auf Stufe 4 Achso Du stirbst Wenn ich dich Eingreif Ach ich greif den Glöcher Und war frontal an Pam Nein das ist unfair Max schläft Hörst du Mai an Nein gar kein Du willst auf meine Heilerin gehen Was ist das gefälligst Die zeig ich sie So So Feuer Pam Tau ist auf Stufe 3 Yeah Ach ich glaube die sind echt Bösartig So wir hatten hier Schaden Wir hatten hier Schaden genommen Heilung Du 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 Hier nimm Ken Vielleicht sollte ich mit meiner Mana nicht so Dings Aber ich will dass die Erfahrungspunkte kriegen Ist ja logisch Was Du hast ab Wieso Dann mach doch Ken Ken Greif an Ach man Dann Wir siegen Luke Dankeschön Ich hoffe wir schaffen das in zwölf Runden ey Was machst du da Ich bin ich gefälligst um Und greif den Gegner an Oh man ey Wir greifst du an Ken Oh Los Ken Hau zurück Och man Jetzt haupt doch mal zurück Chris Chris Sollte jemanden heilen Und zwar Max Chris Chris ist cool Hier Na du greifst Grot an Gott Wieso sag ich mal Grot zu dem Ey schlimm Gehrt euch doch mal Mann Wir siegen jetzt die scheiß Fledermaus Ich schwör Sonst was das mit unserer Freundschaft Los Pam Gott sei Dank ey Tschüss Du schläfst hier niemanden mehr ein Haben wir uns verstanden Hans ist auf Stufe 5 Wie soll ich sie überhaupt haben Ich muss sie heißt Link Hier sind beide Link Chris heißt Link Und Hans heißt auch Link Hey wie unfair Wieso Wieso Können wir bitte die Fledermäuse töten Hans stirbt gleich Gar nicht cool Achso Ich glaub du solltest besser die Fledermäuse töten Ich empfinde das gerade als wichtiger Als die Ritter zu töten Schaffst du das auch ohne mich Wie viele Leben hast du noch Vier und du drei Eher dann schaffst du das locker ohne mich Dann geh ich gleich mal Dann geh ich gleich mal den da Verkloppen Los mach nen kritischen Treffer Oh Gott Na schade Du bleibst Ken an Okay Max mein ich Ken Max Warte das ist dasselbe ey Okay Okay Tau Tau macht nichts Okay Du wirst schon sehen was du davon hast Jetzt macht Tau dich nämlich fertig Jetzt macht Tau dich nämlich fertig Egal Du musst ihn heilen Und zwar dringend Ich brauche den Der ist mein wichtigster Kämpfer Einer meiner wichtigsten Yeah 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 Danke man Ta Pam Den haust du Bitte besieg ihn Da Perfekt Ich weiß nicht Ich glaube dass ich mehr Also Dass es effektiver ist Oder dass ich Bessere Chancen habe zu treffen Wenn ich von hinten eingreife Habe ich so das Gefühl Ob das jetzt stimmt Weiß ich nicht Aber Es gibt mir das Gefühl Wir waren hier jetzt Ziemlich angeschlagen Du Du Und du Ähm Du heilst jetzt mal den hier Weil der nämlich schläft Und sich nicht selbst heilen kann Sehr gut Siebte Runde Du greifst jetzt mal die Fledermaus an So dass sie stirbt Weil die gehen mir nämlich auf den Piss Ja man Na dann mach doch Dann greif ihn doch an Bitte schlafen Oh man Wir hatten das erfunden Das reicht wieder nicht Machen 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 kritischen Scheiße Ich hab echt Angst vor dir man Palm Du greifst mich an Danke wie nett Dann kann sich Taro noch eine Runde ausruhen Und sich heilen Du nimmst ein Item Und zwar dein Heilkraut Und isst es Taubenus Heilkraut Sehr glücklich Genau die gleiche Animation Wie langweilig Aber sehr gut Sie kriegt auch Erfahrungspunkte Nein Lass mal ein Heiler Der hat doch keine Verteidigung Mann Hier nimm Oh Gott ey Wahnsinn Wie schwer Ich weiß nicht was jetzt taktisch am klügsten ist Du hast Level 4 Was hast du? Auch Level 4 Na dann besiegst du den Typen hier Nein den da Ja man Der macht mir zu viel Schaden Hahaha Macht gar nichts Vergreif doch an Hau zurück No Okay Hau ihm Sehr sehr gut Und Lukas auf Stufe 5 Yeah Du bist meine Heilerin Gell Du hast noch 9 Du bist wieder voll Wie viel hat die Fledermaus noch? Alles Und du? Auch alles Dann Äh Gehst du mal Oder Oder wie viel hast du noch? 9 Ach das geht schon Wie viel darf der Typie laufen? Ganz schön viel Vielleicht trifft er dich hier nicht mehr Ich weiß nicht Ich hab mich so genau aufgepasst Äh Du darfst den da hauen? Pam Oh mein Gott ey Natürlich schläft er wieder Das kotzt mich an ey Die Fledermaus sind ja echt Scheiße Oh Wahnsinn Stirb bitte Mann Warum sind wir schneller? Ja da greift doch Max an Das ist mir eigentlich relativ wurscht Was ihr da oben macht Oh man Du greifst jetzt die Fledermaus an Ich will nämlich dass die Sau endlich stirbt Nein Nein Die Runde Das schaff ich doch nicht ey Soll ich den jetzt mit Max fertig machen? Ja Ist doch egal Hauptsache wir kommen hier mal weiter Oh schon 21 Minuten 50 Oh 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 Ihr müsst immer 9 Sekunden abziehen Wegen dem Intro So da tanzt das was Ah toll Nur weil du nicht triffst Behinderte Kuh Echt Triff jetzt Mai So Ich schwör Okay Leute Im nächsten Part sehen wir Ob wir diese Vier Typis hier noch Im Laufe der Zeit schaffen können Ich Bedenk mich fürs Zugucken Wir sehen uns das nächste Mal wieder Ciao Wo ist meine Maus? Ich kann den Part nicht beenden Ich bin ein핑ard Ich kann den Parten und ich bin Jungs